Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Leider hatte ich heute keine Zeit für ein Voice-Over, also gibt es Text. Meine Mates, Itz, Unterstrich, Tui und Dank für hatten den neuen Karcharodontosaurus getarmet und gebredet und wir wollten mal testen, was das possierliche Tierchen so kann. Da unsere Base auf Extinction war, wollten wir mal sehen, ob unsere Caracosaurus, wie ich die Tierchen nenne, den Forest Titan niederbekommen würden. Hier kannst du einen von den beiden auslösen, kannst du schlüpfen und claimen. Du kannst einem sehr versauten Namen geben, wenn du willst. Meiner heißt Bärmer. Den Minigiga. Den Giga auf Kokain, meinst du? Ja, oder das? Alter, dagegen ist der Giga ein absoluter Scheißdreck. Naja gut, allein schon mal einen 360, also einen Giga mit 360% zu haben, bringt halt schon mal viel. Horny, gut. Haben wir mit I geschrieben, komischerweise. Eine Ewigkeit später. Welches Geschlecht ist denn dein Werner? Mein Werner ist ein, wie der Name schon sagt, Männchen. Okay, das ist ein Angriff, das ist ein Angriff, das macht keinen Sinn. Oh, mir kann er nicht. Aber der hat die Rebar-Drehung, ne? Ähm, alles bei diesem Theme macht Sinn. Auch das Schreien? Außer das Schreien. Kann der seine Kollegin buffen oder was? Ja. Was, kriegen wir auch noch einen Rudelbuff? Ne, ne, aber einen aufgestachelten Buff. Dann kommt noch der Imprint dazu. Äh, Tankfeer, hast du hier einen Karachosaurus weiblich? Ja. Sein? Dein Rage ist doch weiblich, oder nicht? Ja, wir haben eine ganze Menge Weibchen. Dann bringen bitte ein Weibchen mit. So. Sind wir alle ready? Seit zwölf Stunden. Tankfeer, von dir auch bitte. Ja, den kannst du übrigens einpacken, den kannst du gleich rausschmeißen. Den Horni, den werden alle zu dieser Stelle teleportiert. Wäre das vielleicht sinnvoll, noch irgendwie, äh, anderen Shosh mitzunehmen? Wie gesagt, das ist nicht weit von der Basis weg. Ich weiß. Ich hab jetzt angemacht. Ganze Laberei geht alles auf den Sack, wir gehen da jetzt rein, so. Jetzt hast du einen Daumenschädel, hör mal. Ich bin der Raptor, Klaus. Ho, ho, ho. Äh, brauchen wir irgendeinen? Geh mal einer vor, tanken. Ich mach mal grad noch Disable Resource Harvest Ding. Hau, ho. Damit sowieso nix. Easy, der hat auf 4K. Der hat auf 4K live. Geh weg, Uhr. Ich komm mal kurz was zum... Jetzt geht's ab hier. Ah, Boss-Fights sind immer so spannend. Vor allem, dem sein Sound... ...backt halt alles weg. Also, ich hör von unserem Dinos halt nix, ne? Danke für den Buff. Ich hab jetzt halt, ich hab jetzt halt legit gedacht, und wir brauchen halt locker so 20 Minuten. Ja. Ja, gut, ich sag mal so... Wer unsere Zeitplanung kennt, für den ist jetzt... Ja eben, deswegen, ja. Ah, fertig, abgebaut. Ah, mich auch. Nein, ich hab mein Dino eingepackt. Ah. Warum hast du doch die scheiß Pick-Up-Garn ausgerüstet? So, wo ist mein Dino? Und jetzt geht der wieder rauf? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 ich bin drauf. Ich weiß nicht, ob es meiner ist, aber... Nein, ich muss deiner sein, denk ich mal, oder? Ja, ist deiner. Ja, ist meiner, ich seh jetzt, äh, Inputzeichen. Hättest du nicht gestartet, hätte das auch noch ne halbe Stunde gedauert, ja. Safe. Ich steh ihm auf dem Fuß. Wenn er den Fuß hebt, geh ich mit hoch. Ah, jetzt bin ich mal dran gefangen. Ist noch kein C, guck drauf! Ist halt ein scheiß Sound. Raa, 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 raa. Raa, raa. Habe ich schon rarra. Nicht nicht. Und ich kann nicht drauf. Verdammte Axt. Warum kann ich immer noch ein Eventar öffnen? Weil er, weil er ihn... Kriegen wir ihn? Ich bin wieder drauf. Eben ist irgendwas Flack-mäßiges von mir kaputt gegangen. Ich weiß nicht was. Oh, oh. Ist down. Jawohl. Juhuuu. Und aufgelöst hat er sich. Das war jetzt aber echt... Äh, fast das Flackboot. Gleich mal alle auspacken und heilen. Obwohl, die können ja drinbleiben eigentlich. Die heilen ja automatisch. Ja, ja, ja. Meiner hat doch nicht mal Schaden, großartig. Na, meiner auch nicht. 6K. Nur 6K, okay. Meiner hat, äh... 8K. Tui, das ging ja fix. Marikrallen habe ich am Start. Was? Äh, korrumpierte... Neh, mutierte Herzen. 10 Stück oder was? Ja, wir haben... 100. 100. 100. Ah, okay. Und... 10 Spino-Segel. Äh, 10. Das Artefakt ist ja... Haben wir da und wenn ich... Äh, das ist direkt vor mir. Das Artefakt ist, äh... Ja, dann hol du das grad. Spino-Segel 10, hast du gesagt. Yes, Sir. Jo, sind am Start. Äh, man, 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 ich hab meinen... Hier kannst du auch ganz entspannt hinporten, weil hier frisst dich nichts weg. Okay. Ich hab meinen aufs Maul Dino weggemacht. Wie hab ich ihn genannte? Horny. Horny, Horny, Horny hat noch... 25K Hell von 24... Äh, 34. Das würde ich sagen, ist in Ordnung. Äh, aber kannst du ein Schwein mitnehmen? Ne. Zu spät. Wieso, wieviel hatten wir denn noch? Ja, ich geh in die Base kurz. Ja, ja, äh, 24.000, aber wer weiß, was der Titan macht, ne? Ja, ich hab auch 24.000, das muss fit gehen. Ja, gut. Der andere hat ja... Der andere hat ja... ...nix gemacht, dann wird der hier auch nix machen. Das Gute ist ja, die... Die guten Dinos sind ja alle noch in der Base, also... Genau das, genau das. Abfahrt. Jungs, Junge. Ah ja, hier kann man... Hier kann man noch Sachen wegfressen. Vielleicht sollten wir uns zuerst um den hier kümmern. Ja, aber es gibt einen Schadens-Buff. Guck, ich hab aus Versehen gerade einen Mammut gefressen. Passt also. Ich brille mal noch. Das kann ich ja mal wieder anders so lauter machen. Das ist in jedem Fall. Ja, wir haben schon 60.000 weg. Wir könnten das Schwein sogar zähmen. Ja, das bin ich auch gerade. Ich bin gerade am Steuern dafür. Ich bin jetzt hinten an der Stelle. Gucken, ob es was wird. Aber bekommen wir dann Loot? Und der hält auch nicht lange, ne? Dann kriegen wir in Eiszeiten. Geht 20 Stunden. Ja, gut. Okay, das lohnt jetzt dann wiederum nicht. Ich glaub, war es sogar jetzt hinten, oder? Es knistert so, oder? Macht der Schorsch. Ja, aber er hat mich angebrochen. Ja, mich auch. Aber es gibt keinen Schaden. Ja doch, ich krieg Schaden. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Ich bekomm minimal zu Schaden. Ah, ich bin wieder da. Aber ich bin live schon weg. Table is useless bei Boosted Server. Ja, würde ich auch sagen. Ja, der ist, der geht easy down. Ja, guck mal, da haben wir jetzt nochmal 1.000. Noch mal 1.000 Element drauf. 1.000 Element drauf. 1.000 Element ist doch fein. Dann mal passt 3k Element. Ja, wir machen hier gerade, obwohl es im Streamtitel quasi noch falsch steht, nicht mehr den Faust Titan, den haben wir eben gemacht. Aber haben gerade gesagt, wir machen jetzt einfach den Ice Titan noch. Ich bin eingefohrt. So, 1.000 Element, 1 Tech Shield. Boots, die es nicht wert sind und die Trophäe. Und diesmal habe ich alles direkt mitgenommen. Nicht so scuffed wie beim letzten Mal. Dass ich hier nochmal hintraveln muss. Wo sind wir hier eigentlich? Ah ja, gut, okay. Hätte ich auch gefunden. Was haben wir hier für eine Farbe? Lila. Ist da was Gutes? Ich habe die Farben nie in... Rot-Lila ist nach Rot. Ne, vor Rot. Nach Rot? Vor Rot? Eins von beiden. Rot, Lila, Gelb, Blau, Grün, Weiß. Ich stehe da schon dran. So, sollte ich den spinnenden Gamer machen? Nutzt der Spin Watt? Ja. Okay. Die vom Drop wegzuholen. Aber wir haben hier nur drei Wege eigentlich. Ich weiß sogar, so wie es aussieht. Einmal links, einmal rechts, ne? Ja. Vielleicht kommst du noch oben über die Klippe. Also ich würde trotzdem hier den bewachenden Gamer hier machen und ihr kümmerst euch um den... Ja, du musst aber aufpassen, weil du machst auch Schaden an dem Prof. Du hast mehr Schaden als die, die du dir machen würdest. Ach, ist das eine Scheiße. Wir hätten Turrets mitnehmen sollen. Die machen weniger Schaden. Ja. Ja, aber so um den Drop herum halt. Okay, ich mach dann einfach hier die flotte Eingreif-Truppe. Zum Beispiel die Vivons, die werde ich jetzt schon mal direkt abfangen. What's the fuck? Ach so, ja stimmt, das ist die schwerste Stufe. Ah, wir haben aber Force Field. Ja, nicht mehr lange. Die sind ganz viele Vivons. Ja, da ist der Giga halt besser, der ist höher. Und warum kriegt das Ding eigentlich schon Schaden? Das ist das Force Field, das wird da angeprägt. Ach ja, und jetzt kriegt das Ding Schaden. So, wir waren eins, ist tot. Oh, Alpharek. Oder? Ich geh mal kurz Lucky-Lucky machen. Tutti, hältst du nur den Drop im Auge? Ah, Soundbug. Ich hab grad just in diesem Moment leiser gedreht. Das war ganz gut. Ich kümmere mich mal um die Wyvern, die hier einfach sinnlos in der Gegend hängt. Was ist das? Ich komm nicht mehr von meinem Vieh runter. Ich leckte auch grad ein bisschen sehr, hab ich das Gefühl. Ein Feind nur noch. Ja, ja, ich bin hier quasi bei mir. Wie viele Leben hat das Ding noch? Äh, Seif. Danke. 91. Von 100. Von 100, also 9000. Na, 91.000 von 100.000. Ja, mein ich ja. 9000 live. Okay, ich mach mit meinem, mit meinem Compound-Bow halt 1700 Schaden. Der war Wurf, ey. W-W-Wurf. Wenn ich jetzt noch treffen würd, dann wird noch besser. Ja, wenn ihr die... Von rechts kommt Wai-Wang. W-Wi-Wang. Rock-Drake. Man glaubt nicht, dass er da ein PvP-Server ist, ne? Also, wenn man jetzt auf meinem Server spielen würd, einfach so PvE-mäßig, wird halt kein Unterschied. Außer, dass der Loot nicht so gut wär. Na gut, das kann man aber an der Weite. Theoretisch, ja. Äh, wer von euch beiden ist grad oben beim Drop? Ich. Ich nö. Okay, gut. Ich... Ich fang die hier unten schon ab. Ich carry dich mal ein bisschen damit. Wenn Tutti unten ist. Okay, du bleibst im Vorwärtsgang. Ich mach alles hinter dir weg. Rockus, Dracus. Aber ich hab ihn gesehen. Sausack. Oh, wie der Stego versucht, um mich rumzulaufen. Dodge Stego. Wenigstens bei so ner Aktion hier bin ich nicht ganz useless. Schön alles mitnehmen immer, ne? Ja. Also ich mein jetzt auch Harvesting anmachen, weil das gibt ordentlich Zeug. Ach so, ne. Harvesting hab ich tatsächlich aus, weil... Also... Würde ich wieder anmachen. Also Resource Harvesting. Äh, die ganzen... Ach so, also die Opfergaben. Ja, die Opfergaben, die nehm ich mit. Ne, die... Mach alles an. Der Dino wird nie überladen sein mit den Settings hier. Okay. Du hast doch bestimmt einmal im Gewicht reingescahlt, oder? Ja, nicht nur einmal, glaub ich. Ja, 12k, also du kannst ruhig alles mitnehmen. Gut, ist recht. Also ich bleib mal noch beim Drop. Ihr scoutet. Ne, ich seh hier oben. Hier oben, hier oben. Äh... Ne. Gut. Ne, war meint. Ich hab nix gesagt. Ich hab uns auch in den Kopf. Versuch möglichst den Drop jetzt hinten dabei, aber... Ne, weniger Erfolg. Ne, 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 weiter zurück. Ich weiß die ganze Zeit voll in den Kopf. Wer? Ich oder der andere? Einer, oder ich meine, die seh gleich ja auch. Da, vorne, Frank. Ungewirrung. Brenne. Das war's gut zu dir, die Sau. Ah ja. Gut zu wissen. Da ist er, da ist er. Den wollte ich haben. Warum komme ich nicht von dem scheiß Vieh runter? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Kom-Pon-Bo, den hier niedermachen, der hier steht und auf den Drop eintrischt. Der macht ja kaum Schaden, da ist ja ein bisschen Zeit. Dieser, wir machen den meisten Schaden. Ja, ich hab ihn jetzt entfernt. Hab ihn tropp wahrscheinlich ein bisschen Schaden gemacht. Ist halt dann leider so. Aber ich würde trotzdem gerne wissen... Ich komm nicht runter, ne? Doch, jetzt fall ich runter. Ich kann mich aber nicht bewegen. Bin ich overweight? Was ist denn hier los wieder? Bin auch nicht overweight. Ich stehe jetzt unter meinem Dino und komm nicht mehr drauf. Soviel zum Thema. Ich bin doch mit Newsless. Versucht mich mal dran zu krabbeln. Das geht. Und ich besitze nochmal drauf und kann mich mit dem wieder bewegen. Also zwei hab ich gefunden. Die klopfen da hinten die Gaspacks. Just Arc Bean Arc. Ja, das kann natürlich sein, ne? Die der ganze Zeit da rein. Oh mein Gott. Ja, das ist ja heute. Hast du Angst? Und die? Was soll's? Guck mal unter mich. Ah! Rocco Stratus! Du Schweine! Krabbegefundern, warum flippert da die Luft so? Wie versteckt der Zack-Schweine? Ac being ac. Also nur mal zur Info. Ich bin jetzt der, der hier links in Richtung von diesem Schosch da guckt. Ja, ja. Wunderbar. So, Tutti ist der, der an der Klippe steht, wo der Piet watschelt. und Tankfeer, bei dir kommt da jetzt gerade Reaper. Ich würde von deiner Seite jetzt mitverteidigen. Ja, Rokos, Rokos kommen hier auch. Nicht, 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 nicht. Weiter zurück. Wissen Sie, die machen nur 58 Schaden an dem Ding. Immer schön in die Schwanz reinbeißen. Ist noch ein Vieh dran? Nee, ne? Ja doch, geziehen. Oh! Ich mach die von, äh, hier mit dem Komfortbau. Die Queen. Außerlich hab ich zu fressen. Nee, die Queen mag ich damit. So. Wenn sich wer um die Viehvon doch kümmern könnte. Immer munter reinfressen. Ich bin übrigens wieder auf dem Full Life. Oh. Hab ich noch gar nicht danach geguckt. Jetzt hör auf, dich zu bewegen, du Schwein. Okay. Wir sind aber auch hier, äh, angepasst, was das Level angeht, ne? Das ist ja jetzt nicht so, was man normalerweise Vanilla mäßig machen wird, oder? Das ist das, was normalerweise Vanilla kommt. Rob fertig. Also hier, äh, die Welle. Okay, krass. So, die Gutsch mal, welche Welle und wie viele leben noch? Ich glaub, Welle, ich glaub, die letzte kommt jetzt, oder? 60k live, Welle 4. Ach gut, Alter, wir haben aufgehört reinzubeifen. Oh, nee, ist nicht. Rob gut. Warum brenne ich die jetzt, verdammte Axt? Wegen der Wirkung. Hast du einen Rocken-Track dran? Ja, ich bin dran. Alter, der, das Ding steckt immer noch hoch. Fuck, jetzt ist auch wieder einfach nur laut. Tech-Giga-Lol. Was? Corrupted Tech-Giga. Der ist aber nicht Vanilla-Alner, oder? Doch. Ich hab nicht gewusst, dass ein Tech-Giga ne Sache ist. Ein wütender, korrumpierter Rex. Der hat ordentlich Leben. Achtung, Stego, Stego rennt nach oben. Bitte einer abfangen. Ich muss aufpassen, dass dieser, äh, Alpha-Rex hier nicht hochkommt. I help you. Tutti, kümmerst du dich um den Stego? Der macht halt, halt da. Wenn der rankommt, macht der böse Auer. Okay, Gefahr gebannt. Desert Titan wird eher schwieriger für uns zu machen, weil wir da nicht wirklich was Flyer-mäßiges haben. Immer wieder von der Klippe springen und reinbeißen. Ich geh direkt hier auf den Alpha-Rex. Ja. Okay, so gut du kannst. Ihr regelt alles, was fliegt. Weil ich hab nämlich grad schön stuck. Grappling Hooks und dranhängen an den Titan und schießen. Noobs. Stimmt. Klingt gar nicht mal so verkehrt. Aber blitzt er denn eigentlich weg? Mir fehlt Drop-Verteidigung. Macht bitte wer anders. Ich kümmere mich drum, dass keiner nachkommt hier. Übrigens extra falsch geschrieben, als ob ich nach Rechtschreibung gehe. Nur wenn einer so wirklich ganz furchtbar falsch schreibt, dann fädelt man mal auf, aber... Alter! Einfach mal drüber gejietet. Haben wir jetzt gewonnen? Da steht Feine näher an sich. Ja, aber welche Welle? Sechs. Und? Da steht einfach nur Welle 6. Ah, da kommt was Dickes! Ah! Aua! Ich will da eigentlich nicht beißen. Ich geh noch hinten dran. Ich stell mich hier hin und beiß von da aus. Das ist gut. Mach sogar effektiv. Nein, ich bin wieder drauf. F. 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 Ja Ich muss erstmal brüllen, der Idiot. Und seitdem kam dir diese Brille-Animation, der würde direkt hinter dir herkommen. Ja, weil so langsam sind die manchmal auch nicht, ne? So, hat sich erledigt. Da versteckt sich wieder ein Rokus-Drakus. So, äh, Tuti, steht da jetzt, äh, stand da jetzt an dem Drop-Rot eine Welle dran, also wie viel von wie viel? Da stand nur Welle 6 zum Ende. Okay, also müssen wir die Welle selber beenden. Yes. Und ich glaube, das müsstest du jetzt machen, wenn die neue Welle anfängt gleich. Deswegen meinte ich das mit diesem eingebundelten Reaper, dass ich den gesehen habe, aber ich finde ihn nicht mehr. Das ist, äh... Da, hab ihn. Er ist hier irgendwo. Mach weg das Schwein. Er ist hier irgendwo. Will ich verhungere, lol. Er kriegt die Ze... Tuti, du musst hierher kommen. Ich glaube, der kommt nur hoch, wenn einer absteigt. I'm coming, I'm coming. Siehst du diese Draw wirklich? Ja, ja. Das ist der. Aber einer muss auf den Boden gehen. Ah, jetzt ist er weg. Ja, weil ich einen Pfeil reingejagt habe. Junge. Voll der krasse Pfeil, Junge. Aber der ist immer noch da. Äh? Ne, also bei mir. Und vor allem haben wir doch den Sound bekommen. Ja, aber der Reaper King ist immer noch da. Welle 7. Wie viel Welle hat denn das Ding? Du musst das jetzt beenden. Per Hand. Ich kann ja nichts beenden. Dann ist es nach Welle 7. Hab jetzt immer gesagt. Ah ja, gut, dann ist es immer nach Welle 8. Ich kille mal hier direkt wieder den Alpharex oder was das ist. Das ist halt F, weil, äh, ich muss langsam, äh. Reaper kick mich gerade übelst weg. Wir haben uns hier in so eine Dreier-Stuck-Situation gebracht. Da kann ich jetzt im Moment leider nicht raus. Ja, ich hab hier drei mutierte Rechsel an der Backe. Coming! Oh Gott, der Pott brennt. Wo bist du? Nicht in den Pott, meinst du? Ne, ich bin ja am Schwanz. Also war der Rottel gestern angenehmer. Kann den Kleinen da mal einer wegmachen? 11.000. Okay, jetzt müsst ihr... Aber ich kann, ich kann, ich kann beenden. Ja, dann beenden Sie bitte. Ich kann mich immer halt noch nicht bewegen, ne? Nice. Ich würde mich immer gerne bewegen können, verdammte Axt. Gut, hab alles. Hast du alles? Yes. Keine Spuren hinterlassen. Wir waren nie hier gewesen. Wir waren nie hier gewesen. Wir waren hier once. Ja, ich fühle mich chỉ好吧. Und dann verdammt gleich welche Letsione. Du bist dann in derativa scoto. Wie heißt das? Ja, wir acronym. Ich patriarch, allek banging. websites created Ja, habe ich echtes Presse,